Ich schaute mir die Qualis an und dachte 50 Euro geil Ich muss sie nur noch aufheben und hab den Rücksitz voll mit Fleisch Ey Kröte, du hast den Rücken voll gestreift, denn ich hab deine Mama mit dem Gürtel ausgepeitscht Ab in die Mikrowelle Kröte, mit deinen ganzen Teilnehmern oder auch nicht Aber gib mir mal nen Scheißgegner, ich kille jeden hier schon mit Punches für die breite Masse Feine Sache, meine Gegner kassieren wie Kröte die reinste Klatsche Digga, reines Marihuana hat mehr Punch als du Wenn du mich siehst, gehst du straight zur Seite wie ein Kackschachturm Ich hab ein Bier in der Hand, wow, ich bin da da so des Turniers Kröte ist nur ein Drextier, Alter, was findest du von mir? Ich hab keinen Bock mehr dich zu dissen, yo Ich laber hier nur Scheiß und werde trotzdem noch gewinnen Hilft euch zu und setzt auf Bewusstseinserweiterung Aber merkt euch sehr dope, sein ist meine Kunst